Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja ich nenne es jetzt mal Let's Test. Mit dabei der Atta Boom. Guten Tag liebe Leute. Der Sascha. Nabend. Aesthetic. Du solltest mich als letzten nehmen. Nein, das Beste kommt zum Schluss die Yuna. Dankeschön. Alias Embert. Hallöchen. Gut, für jeden Abend einmal Hallo sagen. Ich bin der Bleddick und wir spielen Evolve Stage 2. Free to Play und ja, Aesthetic wird das Monster sein als erstes. Wir haben uns vorgenommen, fünfmal aufzunehmen und jeder macht einmal Monster gegen die anderen vier und verschwindet in einen anderen Channel. Tschüss Aesthetic. Lass sie nicht mal Tschüss sagen, alles klar. Richtig gut geteilt, dankeschön. Ich hab den Hand, dann musst du mal loslassen. Ja gut, dann. Ach sie. Ich glaub, ich muss auf Custom Kicken klicken. Jo, also darfst du noch was sagen? Ich wollte noch Tschüss sagen. Ähm, also ich hab's zum Beispiel noch nicht gespielt, ich als Atta Boom nicht. Äh, Sascha auch nicht wirklich. Nö, richtig. Ich muss nur was Helles zu finden. Lennig noch nicht. Ja, nicht viel. Aimbird alias Yuna Amy, die hat schon ein bisschen mehr Erfahrung. Sie wird uns auf jeden Fall einen Arsch aufreißen, wenn wir Scheiße bauen. Äh, ja, sicher. Ja, ich hab's nicht gesehen. Komm, wenn ich jetzt starte irgendeine Map, ist doch scheißegal. Warte, was? Wieso nochmal Rolle wählen? Warte mal. Ich spiele Maggie. Warum spiele ich immer Frauen? Das gibt's doch wohl gar nicht. Ich spiele doch wen anders. Sind doch genug zur Auswahl. Nee, das muss ich dir denn kaufen. Shield Charter, Shield Projector. Warte mal. Oh, ja. Oh, lol, doch, es gibt nochmal Unterschiede zwischen den Charakteren. Ja, ja, sag ich. Ja, ja, immer. Äh, was ist denn besser, das Blitzgewehr oder der Flammenwerfer? Und die kostet was. Könnte ich mir aber kaufen. Teleport-Pads, nee, das brauchen wir nicht. Ich glaube, ich nehme den Flammenwerfer und die Minigun. Habe ich Bock drauf. Ich nehme mal Hank. Ich nehme Hyde. Okay. Checken wir da ein. Maschinenpursor, Rapunenfalle, Haustier, Schnappmaul und Planetenscanner. 1% Schadenserhöhung. Ich lasse das jetzt einfach so und gut ist. Ich habe noch ein paar Credits hier. Ich kann mir noch einen Buff kaufen. Ja, ich bin auch gerade am gucken. 1% Schadenserhöhung, das bringt's. Speedloader, Mutated Celerity. Walkspeed plus. Ja, nehme. Ladek, du kannst dich ja schon etwas Wasser aus, oder nicht? Ich habe das Tutorial mittlerweile dreimal gemacht und zwei, drei Online-Games. Okay. Also nein, eigentlich nicht. Ja gut. Aber wir haben jetzt noch 30 Sekunden, Leute. Obelix ist ein Timer. Ja, alles cool. Ich bin... Er hat noch keinen Nuance gewählt. Oh, lol. Oh, nee. Atta, du bist auch der Letzte, der noch nicht eingeloggt hat. Wo mache ich das? Auf OK drücken. Ich habe ja kein OK. Du musst einen von den anklicken, von den Charakteren, und dann musst du auf Play as. Ah, annehmen. Leute, ihr müsst die Buffs auch noch auswählen, ne? Das habe ich eben gerade ein bisschen spät gecheckt. Ja, das sagst du mir in 5 Sekunden verstanden. Ja, ich habe es ja auch eben gerade erst gecheckt. Wo denn? Ja, klick mit Linksklick drauf. Damit es oben in die Leiste zieht. Ach, scheiße. Was ist das? Erzähl, erzähl, erzähl. Wraith ist das fliegende Viech, oder? Ja, das ist so Assassin-mäßig. Ich habe gegen das nur einmal gespielt, aber es ist übrigens das Arschloch. Das ist der Stealth-mäßige, ne? Der kann sich unsichtbar machen, glaube ich. Ja, ja. Oh, nee, der! GG. Also ich habe auch schon ein paar Videos dazu gesehen, so ist es nicht, aber selbst gespielt ist halt Erfahrung gleich. Ja, also ich hatte befürchtet, dass eben der jetzt sowas spielt, oder eben dieses spinnenartige Viech, das dann irgendwie die Eier legt. Mag ich beide nicht. Mit allen anderen komme ich klar. Alter, ich kenne das Spiel von der Stelle, wo es noch drei Monster gab. Ja, ungefähr. Also kann nur gut gehen jetzt gleich. Ja. Nicht. Denifitiv. Denifitiv. Genitiv. Ins Wasser, weil es da tief ist. Ästhetik. Geist. Rafe. Versus. Die Jäger. Die Jäger. Geist, der heißt im Englischen, äh, im Deutschen echt Geist? Ja. Schön, eine Wissenschaftlerin im Team zu haben. Alter, ist ja gar nicht laut das Spiel. Ein bisschen. Das Interessanteste an der ganzen Sache sind die Kinder, aus denen die Monster schlippten. Ja, das ist das, wenn man die Einstellung nicht gecheckt hat. Ah ja, das sind da nur irgendwelche Schleimbeutel. Genau das ist das Interessante. Öffnet man's, bevor es schlüpft? Nur grüner Schleim. Kein Babymonster. Ist das nicht seltsam? Das, das ist seltsam. Scheiße, das ist ja total unlogisch. Scheiße, das ist ja total unlogisch. Ah, scheiße. Warte, ich muss meine Audio noch machen. Ich bin rausgekommen. Wut? Ich war auch. Ja, Geeky. Weiß ich nicht. Ich hab was an den Einstellungen geändert und dann plötzlich so, äh, weiß nicht. Hier hinten sind Fußspuren, äh, schon mal Fußspuren. Wer ist Daisy? Aber in welche Richtung? Daisy ist dein Viech, das dir hilft, das Monster aufzuspüren. Ja, dann... Irgendwie rennt Daisy in die komplett falsche... Wir rennen gerade in komplett unterschiedliche Richtung, das ist schon mal scheiße. Ich laufe immer ein Schweine da, ja. Ich laufe... Ich hab ja auf jeden Fall die Leiche gefunden. Juna getrennt. Hm, hm, hm. Ich versuch gerade zu joinen. Ich hoffe, das geht. Ah, da hinten ist... Ästhetik ist schon in der Nähe. Nein, der ist mein... Äh, ich... Mich hat irgendein fettes Viech erwischt. Hilfe. Hilfe. Ich brauch Hilfe. Hilfe. Immer noch. Rausschießen kann ich ja nicht. Ja, ich check nicht, was ich machen muss. Ey, ich bin gleich tot. Ey, mein... Weißt du was? Mein Finger ist dumm. Es jegt Jachtvögel. Alter, what the fuck? Meine Wache ist gut. Ich glaube, das Spiel ist viel zu laut bei mir, ey. Alter, du solltest vielleicht nicht so weit von der Gruppe weg. Ja, Alter. Ich verbinde gerade wieder. Sehr gut. Aber das Monster levelt auf. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Zeichen bei Atta, was er da hat. Atta, die Fußspuren zeigen in die andere Richtung. Ehrlich mal. Dann musst du in die andere Richtung. Oder? Die Fußspuren gehen doch in diese Richtung. Ja. Hier sind tote Viecher. Da vorne liegt auch schon wieder ein totes Viech. Oh, der kann viel zu viel futtern. Okay, alles wieder normal. Er ist hier oben auf dem Vorsprung drauf. Kann man markieren? Ah, da. Man kann markieren mit Kuh. Hier, warte mal, wo ist er denn? Guten Tag. Hi. Hallo. Da hinten. Ne, das ist er nicht. Beziehungsweise, wo ist da hinten? Markier was. Ich glaube, was markiert. Oh, Leute, Bladdick ist in eine ganz andere Richtung. Oh, shit. Ja. Ah, da hinten ist er. Wo ist da hinten? Bist du bei ihm? Ja, bei mir ist er. Leute, erkannt ihr die falsche Richtung. Wir müssen zu bladdig. Müsst euch bei allen. Ja, ich kann den. Ich habe ihn gefunden. Und alleine. Warte, was? Du hast ihn gefunden? Ach, sie ist wieder da. Ich denke, du... Ach so, das war jetzt... Ich bin sofort obleiblich. So schlau. Wirst du alleine reingegangen, oder was? Ah, scheinbar. Ich kann in die falsche Richtung. Warum ist Ahto schneller als ich? Weil ich liegen dran. Das ist frech. Keine Ahnung, warum. Oh Gott, der macht gleich Level 3. Nee, so schnell noch nicht. Habt ihr noch einen Blick, Amki? Ja, wie lange der jetzt... Nee, wir haben keine Strom mehr. Doch, Juno hat was. Ich glaube, hinter Bladdick, ja? Ja, ich komme euch hinterher. Aufreden von uns. Links, 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 links. Das sind Spuren. Ja, ich laufe doch den Spuren hinterher. Ach so, ja, gut. Mach keine Panik. Ich sehe sie. Außerdem läuft Juno von mir her. Die ist auch wieder auf den Spuren. Oh Gott, ich habe mir auf Bewegungsgeschwindigkeit gehen sollen, ey. Ich bin zu langsam. Er ist geradeaus durch. Oder ist er nach links abgebogen? Nach links. Nach links, ja. Ich habe leider nur so ein Null-Map-Vision. Können wir ihn irgendwie den Weg abstellen? Ich habe null Erfahrung. Was? Vögel? Wo? Da hinten ist er schon wieder. Oh Lord, 270 Meter? Alter, wie schnell ist dieser? Der ist am Arsch der Welt. Oh, er hat irgendeinen Buff gefressen. Luna ist gerade an einem großen Viech vorbeigerannt. Habt ihr ihn? Ne, ne. War nur ein Weltkrieg. Das ist der Kopf von der rechten Flanke. Ist das links, aber ist okay. Von seiner rechten. Ach so, seiner rechten. Daisy holt hier die ganze Zeit irgendwie nur rum. Kann schon machen, was sie will. Da hinten sind Fußspuren. Alter, der ist am Arsch der Welt schon wieder. Moment, ich muss mich gerade um ein paar Viecher kümmern. Ich versuche, ihm den Weg abzuschneiden. Hier ist ein dickes Viech. Bei mir, bei mir sind Fußspuren. Ja. Hier bei mir sind tote Monster. Der ist er, hier ist bei mir. Bei mir. Ja. Da hab ich. Fuck, wo ist er hin? Er ist bei mir. Oh mein Gott. Ich setze die Kuppel. Hab ihn, glaub ich, eingesperrt. Ja. Hab ich? Hab ich. Nice. Ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Ich? Ja. Der hat toll getroffen. Was? Loll, er hat mich. Ich bin down. Irgendwo. Irgendwie. Wo ist er? Ja, er ist hier bei mir. Wir müssen ihn mal eben wiederbeleben. Sonst. Ah, er geht voll auf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh leul, ich bin tot. Das war wohl eine schnelle Runde. Naja, ich glaub auch. Ja, so kann das passieren. Wenn man eben den Bofemuster spielt. Ja, keine Chance. Er übertreibt gleich einfach sofort komplett. Na gut. Ja, ne? War eine lange Runde. Nichts, es tut mir leid. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Äh, die anderen werden sich jetzt, ähm, ne? Ich bin ja schon drin, nehm ich an. Ja. Erzähl mal. Ja. Ja, du hast gar nicht übertrieben oder so. Ich hab dich einmal gesehen. Ach so. Oder war ich tot? War's los? Ja. Ja. Und mein Schild-Repair-Ding hat nicht Schild-Repairt. Keine Ahnung. Ja. Ähm, stimmt. Ich hab, äh, ich bin aber nicht geschlichen, muss ich sagen. Ich hab versucht durchzurushen. Ich hab gedacht, euch jetzt zu verarschen und, äh, hinter euch zu schleichen und solche Sachen sind, ja, sind ein bisschen doof. Zu meiner Verteidigung. Sieht man keine Spiele? Alles hab ich nicht gegeben. Aber man sieht keine Spielzusammenfassung mehr, ne? Damals hat man ja noch immer die Laufwege gesehen. Schade. Gibt's, glaub ich, noch, aber irgendwie nicht immer. Ja! Wollen wir dann noch eine hinterher? Möchtet ihr noch eine Abmode machen? Ja, sicher. Nein, lass gleich zusammen. Weil, ich meine, das sind 13 Minuten gewesen. Ja, noch eine zweite Runde hinterher. Wie, direkt? Ich muss doch mal Monster spielen. Nein. Ach, nee. Meiner Wegen auch das. Mir ist egal. Ja, aber dann müssen wir ja wechseln. Dann können wir auch die Folge beenden. 13 Minuten sind doch okay, mein Gott. Was ist denn mit Atta? Sagt der schon wieder nix, oder wie? Nee, der will nicht. Mir ist es egal. Ja. Also, ich würde die Folge beenden. Ja, gute Feierabend. Ja. Nach viel Diskussion sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Schaut auch bei den anderen vorbei. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ob ich das mal entscheiden muss. Na egal. Ciao. Ich mache Tutorials, wie das Spiel funktioniert.